Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Und wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir mal wieder eine Runde Sini Skylines. Ich habe aktuell gar gerade keine Ahnung was ich machen soll. Außer hier hinten ein bisschen Strom hinzubekommen. Da ich hier nehme ich jetzt 12.000. Also ich bin jetzt wieder im Plus zum Glück. Okay. Strom, 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 Strom. Ich glaube wir haben hier Strom, nur zu wenig Strom. Ich packe mal da eine Windmühle hin. Und noch eine. Jetzt bin ich wieder arm. So mal gucken. Wenn auch Korki jetzt weg geht. Also ich spiele übrigens als erstes. Die Skylines ist mir gerade aufgefallen. Also es ist gar nicht das zweite. Warum haben wir denn jetzt so wenig Strom? Warum ist da kein Wasser? Mein Ernst, warum ist hier kein Wasser? Ah, jetzt gehts weg. Geil. So jetzt musst du auch gleich das Wasser nennen. Okay, 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 okay. Dann haben wir gerade aktuell 42 Einwohner. Junge, kann das Wasser jetzt mal weggehen? Haben wir zu wenig Wasser? Ah, jetzt. Haben wir zu wenig Wasser oder was? Okay. 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 Mal. Ja, Gesundheit ist halt auch nix, weil ich noch dies nicht habe. Ja, es wird, es wird, es wird. Hier ist jetzt schon mehr Infos. Hier auf jeden Fall. Das ist geil. Der 8.11. Aber den haben wir nicht. Mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Ja, da muss ich erst mal gucken, dass ich das jetzt weiße. So. Gewerbegebiet. Zack. Guck mal, wird auch direkt gebaut. Nice, nice, nice. Müll. Ne, was? Warum ist hier schon wieder kein Wasser? Ach so, weil ich hier keine Rohre verlicht habe. Ich bin aber auch nicht zu weh. Wer fährt, ich habe kein Geld. Leute, Entschuldigung. Ich kann kein Wasser geben. Was ist das hier? Gebäude in geringem, besiedelten Wohngebiet. Was soll denn das heißen? Sorgen Sie dafür, dass in dem Gebäude alles stimmt, damit es verbessert werden kann. Ich bin ja aktuell nur diese drei hier. Ich bin ja aktuell nur diese drei hier. vermute ich mal. Also. Okay. Jetzt haben die dann Wasser. Wasser. Im Normalbetrieb. Okay. So. Was ist jetzt aber hier für... Ja, Müll. Schön. Ich kann aber nichts... Oh. 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 Kann ich doch. Okay, okay. Ich spare jetzt auf 4.000. Dann kann ich nämlich die Müllabfuhr mal platzieren. Aber was ich nicht ganz schicke, was ist hier mit dem Geld? Gebäude in geringem, besiedelten Wohngebiet. Also die sind irgendwie unzufrieden, die hier. Kranke Bürger. Kranke Bürger. Ah. Die sind krank. Hier fehlt Personal. Nicht genügend Arbeiter. Kann ich was dafür? Nö. Na ehrlich, warum läuft hier kein Wasser durch? So. So. Jetzt haben die auch Wasser. Ich will hier auf die 4.000 sparen, damit ich hier endlich mal diesen Müllabfuhr kaufen kann. Okay. Also die sind hier gleich tot. Ich glaube, ich muss erstmal ein Krankenhaus bauen. Ja. Ja. Das kostet 10.000. Ja. Ich muss es bauen. Ich baue das hier hin. Wenn ich dann mal die 10.000 habe. Ja. Mit Dingsarbeit, da ist jetzt auch kein Mangel mehr. Warum ist das jetzt hier hin? Egal. Wieder eine hohe Nachfrage nach Gewerbegebiet. Aber hier ist doch noch. Hier ist doch noch Gewerbegebiet. Warum haben die jetzt schon wieder kein Wasser, ey? Die Stadt macht nur Probleme. So. Jetzt hast du dein blödes Wasser. Ja. Okay. Also die Bürger werden krank. Deswegen muss ich leider kurz auf Müll scheißen. Sozusagen. Aber äh. Oh ja. Jetzt werden ganz viele krank. Ja komm. Ihr kriegt ja gleich die Axtpraxis jetzt. Seid mal geduldig. Aber eigentlich auch schon eine Schule. Ja. Eine Schule kann ich auch schon brauchen. Okay. Also 10.000 Axt und 10.000 Rundschule. Okay. 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 Okay Leute. Wir haben langsam eine ganz große Müllkrise. Aber wir müssen erstmal die Axtpraxis holen. Und dann die Müllabfuhr. Weil sonst geht die komplett Axt kaputt. Also Müll, ja. Ist schon ganz viel Müll. Ist sehr viel Müll, ja. Kommt schon. Und ich brauche doch nur noch 800. Jetzt brauche ich nur noch 700. Jetzt nur noch 500. Gibt mir jetzt die Kohle. Ja. Neue Features. Neue Dienstleistung. Feuerwehr. Bla bla bla. Ich. Muss jetzt hier erstmal diese blöde Axtpraxis holen. So. Sind sie alle glücklich. Und jetzt. Warum habe ich 20.000. Egal. 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 Jetzt kaufen wir erstmal eine Müllabfuhr. Die kommt. Hier hin. So. Darum sind die unzufrieden. Äh. Äh. Ach so. Weil das zu laut ist. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann mache ich das halt weg. Vergänze sie nicht. Die. Die. Neue. Freigeschaltende Dienstleistung. Oh. Hier fährt eine Polizei hin. Wohin? Ach so. Die sind ja krank. Die holen jetzt erstmal die kranken Bürger ab. Ja. Die Müllabfuhr macht auch jetzt ihren Job endlich mal. Okay. So. Äh. Industrie. Hier. Hier ist wieder nur Krankenwagen. Oh jo. Überall nur Krankenwagen hier, ey. Okay. So. Bildung. Kaufen wir auch mal eine Grundschule. Also. Muss ich leider Häuser abreißen, gell. Ich baue das hier neben dem Krankenhaus. Ja. Ist eigentlich ganz gut neben dem Krankenhaus zu bauen. Bürger sind dafür. So. Dann hole ich mir gleich die Feuerwache. Ich würde auch mal sagen, dass wir hier jetzt die Straße erweitern. So. 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 Na ja. Das ist ungerade, ne. Egal. Ich hab kein Geld mehr. Perfekt. Boah. Sehr ohrenahe Frage nach Wohngebieten. Alter. Ja. Dann mal hopp hopp hier, ne. Meine kleine Prinzessin saß über drei Stunden in einem Baumfest, bevor die Feuerwehr auftauchte. Und. Ja. Liegt daran. Keine Feuerwehr. So. Hier kommt nochmal Gewerbegebiet hin. Hier würde ich auch nochmal Gewerbegebiet hin machen. So. Sag. Gewerbegebiet. So. Was wird jetzt hier schön gebaut? Na ja. Auf jeden Fall hier bauen muss. Sind. Rohre. Ich weiß, das wird jetzt sehr teuer. Aber. Warum ja auch schließlich Wasser hier. Die ersten Meckern nämlich schon. Äh. So. Äh. So. Da. So. Haben die jetzt auch was? Oder was? Ah. Kriminell. Kriminalrate ist zuhoch. Ja, ich hole mir doch gleich die Polizeiwache. Äh. Ja. Blablabla. Die Zeitwache. Mein Nebel. Ist immer doch Nachfrage nach h. Äh. Aber, ach, hier ist ja alles grün, also die können hier überall bauen, also. Joa. Kann ich das hier irgendwie verbinden? Ja. Ich möchte das irgendwie abreißen. Ich will ja eigentlich so, dass wir alles machen. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld habe. So. Ähm, naja, hier konnte man doch das hier auswählen. Na, egal. Okay. Ihr könnt eigentlich auch nochmal eine Straße hin, aber nee, ich lasse das. Hier kommt nämlich dann Park hin oder sowas, wenn das funktioniert. Ah, nee, hier können auch die Polizeiwache hin, ne? Stimmt. Okay, jetzt ist auch keine Nachfrage mehr nach Haus, also Bewohnern. Ja. Ah, sind wir wieder in Krankenwagen unterwegs. Patienten 59 von 100. Da handelte Patienten letzte Woche sieben. Krankenwagen in Verwendung 2. Das ist hier schon wieder. Gebäude in, ja. Gebäude im gering besiedelten Wohngebiet. Ja, was ist daran falsch? Ojo. Was ist mit dem Strom schon wieder los? Zu wenig Strom. Na ja, ich habe nicht mal Geld, ich habe nicht mal Geld, in eine Windturbine zu bauen. Freilie. Über das richtigen Fenster können sie richtige Richtlinien. Ja, ich glaube, das wäre auch mal nötig, damit ich mehr Kohle einkasse hier. Richtlinien. Beteilung von Raubmildern, ja. So, Stromverbrauch ist wichtig und der beste Weg dazu ist, einen grönen Stromzählern zu zählen. Bänger hat Stromverbrauch auch. Ah, ja. Ah, ja, ja. Ja, okay, passt alles. So. Rufen Sie Stadtviertelwerkzeug auf. Ja, guck mal, es geht jetzt schon ein bisschen weg hier wieder, der Strom. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? Nö. Hier ist kein Strom. Warum ist hier kein Strom? Die sind aber im Stromnetz hier. Aber nicht mehr zu 100%. Ich brauche hier mal so eine Stromleitung hin. Oh. Mehr Grad. Geht ja gar nicht. Ich muss das ja hier... Ich muss das ja irgendwie verbinden können. Warum mache ich jetzt schon wieder ein Minus? Hm. Aussehverbruch, ja. Heißt das hier mal ab? So. Wir brauchen mehr... Mehr Strom, Dings. Geht das hoch? Ne, na, nicht wirklich. So. Okay. Jetzt haben wir wieder kein Geld. Perfekt. Ähm... Brauchen wir erstmal eine Feuerwache und eine Polizeiwache. Okay, Leute. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben nämlich gerade hier ein bisschen Polizei- und Feuerwache-Problem. Aber sonst passt alles. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut auch immer auf meinem Discord. Vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung auf den Link. Ein Traumhaftenpaar. Und dann ist das euer Sandow. Ciao. 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 ...